Haben Sie eine Spielkonsole zu Hause, die sich ohne Controller oder ohne Joystick bedienen lässt? Dann haben Sie sicher festgestellt, dass diese nur in geschlossenen Räumen gut funktioniert, da sie bei Hintergrundlicht sehr störungsanfällig ist. Eine herausragende Eigenschaft der an der TU Wien entwickelten 3D-Kamera-Chips ist, dass sie selbst bei hellster Sonneneinstrahlung funktionieren. Damit kann Spielen mit einer Spielkonsole auch zum Outdoor-Sport werden.